Musik Einiges hat sich verändert in den letzten Jahren, was die Kirchen betrifft. Vieles muss zusammengelegt werden, man versucht neue Wege zu gehen. Das gilt natürlich auch für den pastoralen Raum Weilburg-Mengerskirchen. Neben mir steht Pfarrer Meier, er kann ein Lied davon singen. Und natürlich auch die Pastoral-Ausschussvorsitzende Renate Schult. Was gibt es denn Neues bei Ihnen im pastoralen Raum? Ja, wir wollen zur Auftaktveranstaltung am 27. August um 14.30 Uhr in die Westerwaldhalle in Waldernbach einladen und da merken Sie, dass wir schon langsam zusammenwachsen. Das heißt also, aus vielen Gemeinden wird eine. Ist ja nicht unbedingt ein großer Vorteil, wenn man es erstmal so sieht, oder? Es geht auch darum, dass Identität verloren geht, aber uns wird ja eine neue Identität geschenkt. Und diese neuen Gemeinden, die sich zusammentun, wollen reagieren auf die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse und Bedingungen. Manche Gemeinden kommen an ihre Grenzen, können nicht mehr alles das leisten, was in den vergangenen Jahrzehnten geleistet wurde und wollen sich deswegen vernetzen mit den anderen, um weiterhin eine gute und positive Antwort in die Gesellschaft hinein zu senden. Also Synergieeffekte nennt man das, glaube ich, auch. Sie haben ja alleine schon vier Pfarreien zu versorgen. Wie macht man das denn? Wie wird man allen gerecht? Man kann nicht allem gerecht werden. Das will ich gleich zu Anfang sagen. Nicht alle Wünsche können wir wirklich auch befriedigen. Aber wir versuchen, den Menschen von heute eine Antwort vorzuleben, wie das Leben sinnvoll ist, wie ein Leben aussehen kann, das sich in der Nachfolge Jesu versteht. Und wir versuchen natürlich, auch den Bedürfnissen gerecht zu werden. Und dazu brauchen wir viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die versuchen wir auf diesem Weg auch zu gewinnen, indem wir bestimmte Themen in den Vordergrund spielen, wofür der eine oder die andere sich dann auch begeistert. Frau Schult, was ist jetzt für Sie die große Herausforderung, damit diese Mammutaufgabe bewältigt wird? Ja, dass wir erst mal zusammenwachsen, dass wir sich gegenseitig kennenlernen. Und wenn man sich gut kennt, geht man auch anders miteinander um. Es ist ja oftmals so, dass die Gemeinden sich gar nicht so ganz grün sind, obwohl sie vielleicht nebeneinander liegen. Gibt es da Probleme? Da gibt es natürlich auch Probleme. Da gibt es zurückhaltende Reaktionen. Aber es gibt den schönen Grundsatz, Nähe schafft Sympathie. Und je länger man und je enger man zusammenarbeitet, desto mehr stellt man fest, dass der andere nicht der Gegner, sondern der Freund ist, mit dem man ein Thema gemeinsam bearbeiten kann. Musik Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie läuft dieser doch komplizierte Gründungsprozess ab? Ja, wir fangen jetzt an mit einer Auftaktveranstaltung. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die ist in Wendernbach und am 27. August. Und dann werden Arbeitsgruppen gegründet. Da kann jeder mitarbeiten. Und wir rufen auch dazu auf, dass jeder kommt zur Auftaktveranstaltung, dass wir die Gruppen bilden können. Und dann geht das in den Gründungsprozess mit ein. Was glauben Sie, wie lange der ganze Prozess dauern wird? Also wir hoffen, dass wir bis Ostern nächsten Jahres ungefähr die groben Bausteine dieser neuen Pfarrei zusammengetragen haben. Diese Arbeitsgruppen tragen sozusagen das Baumaterial für diese neue Pfarrei zusammen unter verschiedenen Themen, unter verschiedenen Aspekten. Dann wird das zusammengeschrieben vom Pastoral-Ausschuss, dem Lenkungs- und Leitungsgremium gesichtet. Es wird nach Limburg an das Ordinariat geschickt. Dort wird noch einmal drüber geschaut, ob da irgendetwas drin steht, was dem Kirchenrecht oder dem Synodalrecht unserer Diözese widerspricht. Dann geht es zurück und wird in allen Pfarrgemeinderäten und Verwaltungsräten noch einmal beraten. Und am Ende steht dann eine feierliche Kundtung. Jawohl, wir gehen diesen Prozess weiter und gründen zum 1. Januar 2019 die neue Pfarrei, die dann Anfang des Jahres von unserem Bischof gegründet wird. Und im Januar 2019 wird es dann einen festlichen Gottesdienst dazu geben. Darf man gespannt sein. Jetzt möchte ich gerne noch wissen, wie viele Seelen wird denn diese große Pfarrei ungefähr umfassen, dass man sich das mal so vorstellen kann. Also circa 8.500 Gläubige leben dann in dieser neuen Pfarrei. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Informationspolitik? Wer also mehr Informationen jetzt noch haben möchte, wie geht er vor, wo wird er fündig? Dann wird er fündig zum einen hier in Weilburg TV, dann wird er fündig im Internet, auf der Homepage unseres pastoralen Raumes, heiligkreuz-weilburg.de. Wir sind seit einigen Monaten bei Facebook vertreten und natürlich andere Medien, wie die Gottesdienstordnungen oder die anderen Printmedien, da kann er sich informieren. Naja, und dann natürlich kann man davon ausgehen, dass die Gemeindemitglieder auch gelegentlich mal in die Kirche kommen. Da wird es sicher auch noch Infos geben. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.